So, meine Damen und Herren, wir starten unseren heutigen Abend am 29. Dezember, ein Rückblick 2018 auf Lippmusik in Nürnberg mit 4X. So, wenn du Gott glaubst, glaubst du gut, und das ist wie es sollte. Du bist einfach gut. Wenn du glaubst, dann brauchst du ein Wack auf den Backen des Neckes mit einem großen Scheiß. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018